Wir haben die Begabung, immer als allererstes den Verlust zu sehen. Wenn wir neue Projekte angehen, sind wir begabt dabei zu finden, welche Fehler können alle entstehen und den Verlust. Das ist das Erste, was wir sehen. Und wenn wir hauptsächlich den Fokus nur auf dem Verlust haben und auf den Fehlern was passieren könnte, dann haben wir eine sogenannte Effizienzblockade. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, deinem Performance-Coach. Superinteressantes Thema, Effizienzblockaden. Was ist eine Effizienzblockade? Eine Effizienzblockade ist eine Blockade, die uns daran hindert, ins Umsetzen zu kommen. Und genau darum geht es heute. Und zwar um das Thema, wenn wir ein neues Projekt uns vornehmen. Wir gehen jetzt einfach mal rein in den Bereich der Gewichtsreduktion. Da kommt es auch sehr häufig vor. Bei vielen meiner Coaches im Einstiegsbereich beziehungsweise bevor sie überhaupt bei mir landen. Das bedeutet, pass auf, wir nehmen uns jetzt vor, uns gesund zu ernähren. Wir nehmen uns vor, regelmäßig gesund zu essen. Wir nehmen uns vor, dass wir unser Ernährungsverhalten komplett neu strukturieren. Das Erste, was den meisten Menschen einfällt, ist dann, ja, dann darf ich aber keine Torte mehr essen, keinen Kuchen mehr essen, keine Süßigkeiten mehr essen, keine Pizza mehr essen. All diese Dinge sind die ersten Gedanken bei den meisten Menschen im Kopf. Den Verlust. Was ich tatsächlich nicht mehr darf? Ich darf kein Wein mehr trinken, kein Bier mehr trinken, keinen Spaß im Leben mehr haben. Es wird der Verlust noch damit verknüpft, dass wir dadurch auch Lebensluxus verlieren und den Spaß verlieren. So. Und was passiert dann bei den meisten Menschen, wenn wir erstmal eine Verlustrechnung aufmachen? Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir ins Umsetzen kommen, ins Tun kommen, die wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Umso mehr wir nach Verlusten suchen. Umso geringer ist die Motivation, jetzt was zu tun. Zusätzlich kommt natürlich noch dazu, zur Verlustrechnung, dass wir nach den Fehler schauen. Welche Fehler können passieren? Woher soll ich wissen, was ich tatsächlich esse? Ist es dann ja auch gesund, was ich dann tatsächlich esse? Ist es vielleicht nicht zu einseitig? Ja, aber wenn ich dann die Fehler habe im Bereich der Kalorien, wenn ich zu wenig Kalorien esse, die falsche Kalorien esse, ich weiß es doch gar nicht. Dann suchen wir als nächstes noch nach den Fehlerquellen. Wie viele Fehlerquellen kann es tatsächlich geben? Und dann passiert Folgendes. Gecancelt. Das Vorhaben ist gecancelt. Keine Lust mehr, denn der Verlust ist zu groß und die Fehlerquelle ist auch zu groß. Drehen wir doch einmal den Spieß um und lassen erstmal die Verlustrechnung weg und auch die Fehlerquelle weg. Und gehen mal rein und überlegen jetzt gerade bei dem Thema gesunde Ernährung. Was bekomme ich dafür alles, wenn ich mich in Zukunft zumindest zu 80 Prozent, also die 80-20er-Regel, 80 Prozent gesunde Ernährung danach halte? So, ich werde mich wohler fühlen. Ich werde mehr Leistung haben. Mein Körpergewicht wird sich reduzieren. Ich werde mich wohler fühlen. Meine Körpersprache ändert sich zum Positiven. Ich werde mehr Energie haben. Ich werde besser schlafen. Ich werde wacher sein. Ich werde fokussierter sein. Ich kann dadurch meine Arbeitsleistung erhöhen. Wie fühlt sich das jetzt an? Mehr Leistung. Schönere Körpersprache. Weniger Körpergewicht. Mehr Power. Besserer Schlaf. Mehr Ausdauer. Mehr Performance. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn wir erstmal im Kopf haben, wow, was dadurch alles passieren kann? Der Bluthochdruck geht runter. Mein Körpergewicht geht runter. Mein Körperfettwert geht runter. Mein Blutbild wird besser. Meine Leistungsfähigkeit wird besser. Ich schlafe besser. Wie fühlt sich das an, wenn ihr das einmal durch den Kopf gehen lässt? Das fühlt sich doch gut an, oder? Das ist ein gutes Gefühl. Das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und genau das ist mein Tipp an euch. Hört auf, ständig diese Verlustrechnungen zu machen. Hört auf, ständig nach Fehlern zu schauen. Immer dann, wenn wir uns was Neues vornehmen, haben wir im Kopf, was kann alles passieren? Was wird alles schief gehen? Die Verlustrechnung. Und genau das ist die Effizienzblockade. Denn wir werden uns dann nach dieser Rechnung definitiv nicht dafür entscheiden, ins Tun zu kommen. Solange wir ständig eine Verlustrechnung haben, solange wir ständig mehr Fehler finden, wie Vorteile beim neuen Vorhaben, werden wir definitiv nicht ins Tun kommen. Zumindest 80 Prozent bis 90 Prozent aller. Denn das sind die Erfahrungen meiner letzten 30 Jahre Berufserfahrung, über 30 Jahre Berufserfahrung, dass viele Menschen, bevor sie zu mir kommen, zu mir gesagt haben, Andreas, weißt du was? Ich habe halt vorher immer gedacht, naja, ich weiß nicht, ob ich es richtig mache. Und pass auf, dann kann ich das nicht mehr essen. Das ist verboten, das ist verboten, das ist verboten. Nichts ist verboten. Im Grunde genommen ist gar nichts verboten, sondern die Dosierung macht das Gift. Das ist die 80-20-Regel. Zu 80 Prozent sich gesund ernähren und am Wochenende mal ein Gläschen Wein, am Wochenende mal ein Fläschchen Bier, mal am Wochenende zwei Gläser Whisky, mal am Wochenende ein Stück Kuchen, mal am Wochenende einen Braten, mal am Wochenende eine Pasta, eine Pizza, was auch immer. Ganz normale Sachen, so richtige Sauereien. Das macht an einem Tag, vielleicht aber noch am zweiten Tag relativ wenig aus. Wenn wir aber im Kopf nur haben, Verlust, 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 ich darf nichts mehr, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich darf das nicht. Welcher Mensch hat denn um Gottes Willen darauf Bock, so ein Vorhaben anzugehen? Das Gleiche können wir jetzt rübernehmen im Sportverlust. Also, wenn ich jetzt Sport mache, dann ist es so, dass ich sicherlich dann ständig erschöpft bin. Dann ist natürlich auch die Verletzungsgefahr groß. Dann weiß ich nicht, das ist der richtige Sport für mich. Darf ich das überhaupt machen? Soll ich das überhaupt machen? Ihr seht wieder, wenn wir damit anfangen und nur nach dem Verlust gucken, ich muss Zeit investieren, dann kann ich nicht mehr so viel spazieren mit meiner Frau, da kann ich nicht mehr so viel arbeiten, dann habe ich keine Zeit mehr für meine Hobbys, will ich jetzt auch noch anfangen mit Sport zu machen. Wenn ich so anfange, dann wird es nicht funktionieren. Denn ein Verlust ist im Kopf immer für uns eine Katastrophe, ist mit Frustrationen verbunden, ist mit Verlust von Lebensluxus verbunden. Und genau aus diesem Grund auch hier den Spieß umdrehen beim Sport. Wow, wenn ich jetzt in der Woche anfange mit dreimal 30 Minuten Sport, natürlich werde ich wieder fitter. Meine Körpersprache ändert sich, mein Charisma ändert sich, meine Durchblutung vom Kopf wird besser, ich werde wieder besser denken können, ich bin wieder ausgeglichener. Mein Hormonhaushalt, Noradrenalin, Adrenalin, Stresshormone gehen runter. Dann die Wohlfühlhormone, Dopamin gehen nach oben, ich habe mich belohnt, ich habe ja was getan. Mein Endorphinhaushalt geht nach oben, weil ich glücklicher bin, ausgeglichener bin. Ich werde dadurch Gewicht verlieren. Ich fühle mich fitter. Ich bin morgen schon viel wacher. Oder umgedreht, nee, da bin ich morgens bestimmt K.O. und kaputt und bin müde, weil ich so viel Sport gemacht habe. Ich lasse es gleich sein. Spürt ihr den Unterschied. Nehmt einmal euch die Vorteile ran. Ich werde leistungsfähiger werden. Im Körper wie im Geist. Fühlt sich gut an. Ich werde ein besseres Körpergefühl bekommen. Fühlt sich gut an. Ich werde besser denken können. Fühlt sich gut an. Ich werde mich entstressen. Fühlt sich gut an. Der Blutdruck geht runter durch regelmäßigen Sport. Wow, fühlt sich gut an. Ich brauche keine Medikamente mehr. Ich verliere Körpergewicht. 5 Kilo runter. 10 Kilo runter. 15 Kilo runter. 20 Kilo runter. Wow, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das jetzt an, wenn du diese Gedanken durch deinen Kopf gehen lässt? Gut, oder? Spitze. Das fühlt sich prima an. Jetzt rennen wir den Spieß wieder um. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt anfange, Sport zu machen. Oh, das ist anstrengend. Dann habe ich Muskelkater. Dann tun mir die Beine weh. Dann tun mir die Arme weh. Und dann kann ich mich verletzen noch dabei. Und dann bin ich verschwitzt. Oh nee, dann muss ich noch mehr duschen. Ach Gott, und dann muss ich morgens vielleicht eine halbe Stunde früher raus. Okay, und dann kann ich mir im Fernsehen meine Lieblingssendung angucken. Ach du lieber Himmel. Wie fühlt sich das an? Habt ihr das bemerkt? Ich habe euch jetzt gerade nur Bilder in den Kopf gesetzt. Einmal positive Bilder, positiv verknüpft, was alles für Vorteile entstehen. Und einmal negativ. Und sofort ist hinten dran auch eine Kaskade von Hormonen. Denn wenn du dir das schön machst, wenn du die Vorteile raussuchst, dann hast du gleich eine Hormonsekretion, die dich positiv stimmt. Gehst du in die Verlustrechnung, gehst du in die Fehlerquellen rein, hast du definitiv gleich wieder das Gegenteil. Du hast keine motivierenden Hormone. Denn Serotonin steigt sicherlich nicht an, sondern eher der Stresshormonpegel geht nach oben. Das Cortisol geht nach oben. Das Adrenalin geht nach oben. All die Hormone, die uns dann mehr oder weniger blockieren, die uns dann hindern, die fahren nach oben. Und die Wohlfühlhormone geht nach unten. Deswegen bitte, lasst es sein, ständig diese Verlustrechnung zu machen. Gerade wenn es darum geht, um gesunde Ernährung. Gerade wenn es darum geht, um regelmäßigen Sport. Ihr investiert in den wertvollsten Menschen auf dieser Erde. Ihr tut was für euch selbst. Wie geil ist das denn bitte? Ihr werdet davon nur profitieren. Ihr habt keinen Nachteil. Nein. Diesen Nachteil gibt es gar nicht. Diesen Nachteil, den nehmt ihr. Wenn wir ganz genau mal drüber nachdenken, machen wir das unbewusst, damit wir erst gar nicht ins Handeln kommen. Die Verlustrechnung als erstes. Denn es gibt unterschiedliche Personengruppen, unterschiedliche Persönlichkeitsprofile. Das eine Persönlichkeitsprofil, was macht das? Das hat keine Verlustrechnung. Da sucht sich das Positive raus. Das sind die Menschen, die ins Tun kommen. Dann haben wir das andere Persönlichkeitsprofil. Die suchen ständig nach Fehler. Die suchen ständig nach einem Verlust, haben ständig Verlustrechnungen, ständig Fehlerrechnungen. Was machen die? Die kommen nicht ins Tun. Sei es im privaten Bereich zum Thema Gesundheit, zum Thema Sport, zum Thema Ernährung. Sei es im Business-Bereich. Neues Projekt, oh. Aber das neue Projekt, oh Gott. Dieses neue Projekt, das geht nicht. Da kann das passieren. Die Fehlerquelle ist da. Da können wir so viele Fehler machen. Der Markt ist super schwierig. Da werden wir sicherlich keinen Umsatz machen. Da werden wir mehr Ausgaben haben wie Einnahmen. Da brauche ich neue Mitarbeiter. Oh, die neuen Mitarbeiter, die kriege ich nicht, was ich da brauche. Da brauche ich eine ganz bestimmte Menge. Was machen wir? Wir reden uns selber aus. Das ist natürlich auch vielleicht, passiert das auch aus Angstgründen. Das kann schon sein, unterbewusst. Weil wir Angst haben, diesen Schritt zu gehen, machen wir erst eine Verlustrechnung auf. Weil wir Angst haben, diesen Schritt zu gehen, schauen wir erstmal nach den Fehlern. Welche Fehler können denn tatsächlich passieren? Denkt mal darüber nach. Das ist ein interessanter Gedankengang, denn das passiert ganz oft. Denn Ängste dominieren uns. Und wenn wir dann als erstes mal die Fehler raussuchen und als erstes mal die Verlustrechnung machen, dann war die Angst zu dominant und hat uns daran gehindert. Auch das ist eine Effizienzblockade. Versagen, Verlustängste sind auch wieder Effizienzblockaden. Die können dafür sorgen, dass wir uns das genau einreden, dass wir erstmal nach der Verlustrechnung schauen. Und erstmal nach den Fehlern. Und dann haben wir festgestellt, zu viele Fehler, zu hoher Verlust. Das machen wir nicht. Das lassen wir lieber gleich sein. Das machen wir nicht. Macht keinen Sinn. Lassen wir sofort sein. Merkt ihr was? Das kann unbewusst ablaufen. Das muss nicht mal bewusst sein. Und genau das sind Effizienzblockaden. Und dieses Thema Verlustrechnung zu machen, nach Fehlern zu schauen. Sich in den Bereich zu gehen des Versagens, in den Bereich des Opfers zu gehen. Das sind viele Verhaltensweisen von Menschen, die nicht mal bewusst ablaufen. Die laufen instinktiv ab. Weil wir dominiert werden im Unbewusstsein von Ängsten zum Beispiel. Ihr seht auch wieder, es ist wieder ein großes Paket. Und wenn wir genau reinschauen, hat es wieder was damit zu tun, mit dem Teil von 1340 bis 1370 Gramm zwischen unseren Ohren. Jo. Dieses Teil sorgt dafür, ob wir ins Tun kommen, nicht ins Tun kommen. Wenn wir die Gedanken haben des Verlustes, die Gedanken des Versagens, die Gedanken der Fehler, sind wir dann motiviert, was zu tun? Definitiv nicht. Und wer ist jetzt zuständig? Wer gibt uns denn die Gedanken? Kommen die einfach so geflogen? Schmeißt mir die jemand nach und meinem Kopf landen die? Nein. Wir sind dafür verantwortlich. Natürlich ist einmal unsere Erfahrung dafür verantwortlich. Was haben wir alles erfahren? Wenn wir ständig mit Menschen zusammen sind, die Verluste haben. Ständig mit Menschen zusammen sind, die versagen. Ständig mit Menschen zusammen sind, die nur Fehler suchen. Was werden wir tun? Die werden nicht diese Menschen spiegeln oder genau das Gleiche machen. Auch das wird ein interessantes Thema. Und ihr seht ja, wenn man einmal so ein Fass aufmacht, ist es unglaublich, was dann letztendlich als Essenz alles rauskommt. Was ich euch damit sagen möchte, ist, wir sind erst einmal Herr unserer Gedanken. Wir füttern unsere Gedanken über das, was wir in der Zeitung lesen, im Fernsehen angucken, mit den Menschen, was wir kommunizieren und über die ganzen Social-Media-Plattformen. Wollen wir also nicht ständig Verlustrechnungen im Kopf haben, nicht ständig nach Fehlern suchen, sollten wir auch entsprechend diese Personengruppen raussuchen, diese Medienrausgruppen, wo das nicht so ist. Menschen, die eben keine Verlustrechnung machen, die suchen wir uns raus. Menschen, die eben nicht ständig nach Fehler suchen, die suchen wir uns raus. Und genau das ist der erste Schritt raus aus dieser Verlust- und Fehlerquelle. Fehlersuchequelle. Das ist der erste große Schritt. Denn unser Gehirn, das produziert die Gedanken. Unser Gehirn produziert Gedanken und hinter den Gedanken, das sind ja auch mit Bildern verknüpft, das sind Emotionen noch mit dabei, und diese wiederum produzieren Hormone. Also runtergerechnet, wenn wir Fehler gesucht haben und die Verlustrechnung aufgemacht haben, haben wir unter dem Elektronenmikroskop pro München, die miteinander kommunizieren. So, und die sagen, Stress, unangenehm, fühlt sich nicht gut an, lassen wir am besten sein. Andere Gedanken, stell dir vor, wie geil das ist, wenn du ab sofort drei Mal Sport machst und du zehn Kilo weniger hast und du mobil bist ohne Ende, das Ein- und Aussteigen aus dem Auto ist wieder super, du gehst die Treppen hoch, du bist nicht erschöpft, du bist maximal leistungsfähig von morgens bis abends. Wie fühlt sich das an? Hast du die Gedanken im Kopf? Das fühlt sich gut an, oder? Und schon haben wir ein Grinsen im Gesicht. Und schon sind wir gut drauf. Warum? Weil unser Körper jetzt Hormone produziert in die richtige Richtung. Ihr sagt jetzt wieder, ist das wirklich so einfach? Ja, es ist nicht schwer. Wir machen uns es nur schwer. Denn für die Gedanken sind wir zuständig, sonst keiner. Und damit wir die richtigen Gedanken haben, brauchen wir eben die Plattform, wo wir konsumieren, muss eben eine Kommunikation herrschen, die in die richtige Richtung geht. Du brauchst Menschen um dich herum, die dich in die richtige Richtung schieben durch ihre Gedankengänge, durch das, was sie konsumieren, durch das, was sie kommunizieren. Durch das, was du anschaust, die Bücher, was du lest, gibst du die Grundsat für dein Gehirn. Und das macht dann die Gedanken daraus, in Kombination mit einer Erfahrung, was du gemacht hast. Wenn dann hinten dran anstatt eine Verlustrechnung eine Gewinnrechnung rauskommt, dann wirst du es tun. Garantiert. Das ist so ein interessantes Thema. Ich hoffe, dass ich dir jetzt damit ein bisschen was rüberschieben kann, dass du sagen kannst, okay, wer bin ich? Bin ich tatsächlich jemand, der ständig Verlustrechnungen macht? Bin ich tatsächlich jemand, der immer nur nach Fehler sucht? Sollte das so sein, dann hast du jetzt eine ganz klare Handlungsanweisung, was du tun kannst, wie du es verändern kannst. Denn du bist dafür verantwortlich, was dein Gehirn für Futter kriegt. Du bist dafür verantwortlich, was du dir anschaust, was du liest, mit wem du kommunizierst, wo du dein Wochenende verbringst. Das ist deine Macht, dein Hebel, den du in Gang setzen kannst. Den Weg, den du gehen kannst, den du beschreiten kannst, das bist du. Du bist verantwortlich. Also, nimm die Verantwortung an und geh in die richtige Richtung. Nimm die richtige Leute mit. Orientiere ich an den Leuten, die genau das tun, was du gern tun würdest. Und lass es sein, Verlustrechnungen zu machen. Lass es sein, ständig nach Fehler zu suchen. Das ist die krasseste Effizienzblockade überhaupt und wird dich immer nur behindern. Sie wird dich nicht nach vorne treiben. Sie wird dich ständig blockieren. Effizienzblockaden. So, und jetzt sagst du natürlich, Andreas, ja, du hast recht. Du hast ein paar Sachen bei mir getroffen. Da hast du vollkommen recht. Und ich brauche da ganz dringend Hilfe. Ganz dringend Hilfe. Auch zum Thema Bewegung, zu dem Thema Ernährung. Ich weiß, dass ich unbedingt einen ganz großen Bedarf habe, dass ich unbedingt einsteigen sollte. Und zwar sofort pronto. Es ist Eisenbahn. Ich brauche diese Leistungsfähigkeit wieder von früher. Ich möchte im Beruf performen. Ich möchte im Privatleben performen. Ich brauche diese Leistung. Ich brauche diese Energie. Bitte hilf mir. Hilf mir im Bereich der Ernährung, im Bereich des Trainings, im Bereich der Mindsets, im Bereich der Schlaf und Achtsamkeit. Hilf mir. Dann ist es relativ einfach. Du findest unten in den Shownotes, findest du die Landingpage. Und da trägst du dich jetzt ein und zwar sofort. Überleg nicht noch tausendmal. Auf was wartest du? Trag dich ein und du hast einen kürzen Termin mit meinem Mitarbeiter, mit einem meiner Mitarbeiter. Und der spricht mir das Thema mal durch und schaut mal, welchen Bedarf hast du überhaupt? Welches Paket brauchst du überhaupt? Und wenn es dann zusammenpasst und du und wir ein Match haben, wenn meine Mitarbeiter sagen, hey, der passt super, der braucht genau das, was wir haben, dann kriegst du den nächsten Termin unverbindlich mit mir kostenfrei. Da haben wir in Kürze unser Gespräch und ich erkläre dir ganz genau, was kannst du tun in deinem Bereich, um Effizienzblockaden abzubauen? Wie wirst du im Sport umsetzen? Du musst dir nie mehr Gedanken darüber machen, wie musst du dich ernähren? Du musst dir nie mehr Gedanken darüber machen, was sollst du für einen Sport machen? Du musst dir nie mehr Gedanken über Effizienzblockaden machen, weil die klären wir. Die bauen wir bei dir ab. Wir gehen in deine Glaubenssätze rein. Und guck mal, welche hast du? Dann hast du die Garantie, dass du mein Wissen, was ich mir über 30 Jahre in meinem Beruf angeeignet habe, inklusiv über 50 Weiter- und Fortbildungen und grundsätzliche Ausbildungen, zusätzliche Erfahrungen von über 25.000 erfolgreichen Coaches und Coaches, kriegst alles du. Alles nur für dich. Kannst du abrufen und dann hast du deine Ruhe und kannst dich maximal auf deinen Job fokussieren und wirst erfolgreiche Erfolge haben. Noch mehr Erfolge, die du jetzt schon hast. Garantiert. Jetzt bist du dran. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Mach's gut. Hier war Andreas Trinbacher, dein Performance-Coach. Pass auf dich auf und bleib gesund. Bis bald.